so also ich suche immer hier die türe und finde sie nie müssen wir hin einmal hier entlang hier ist wieder nach draußen da auch nie wieder ein paar leiter auf oder sieht gut aus in die richtung hallo auf die skyline und dann einmal umdrehen kann das sein wo muss ich hin so was sagt jetzt auch wieder auf die skyline dann in die richtung und dann machen wir mal langsam zeigten der pfeil hin wie heißt der hier umdrehen so auf das dach vielleicht hoch so liegt sogar jemand sniper ich finde den letzten riss ja toll super nein falsche taste hier habe ich gar keine anzeige wo führte mich denn hin an da und wenn ich hier immer auf die skyline gehen soll äh hallo falsch rum jetzt zeigt er auch hier hin so lisse will ich mal was sagen oder hier drüben was er da sagt wenn wir hier hingehen wenn wir hier hingehen da war ich auch mal im kreis ok kann ich nicht absteigen ich verstehe jetzt nicht so ganz wo ich hin darf so was machen wir jetzt das menü rein für den letzten riss es ist noch ein riss übrig folge lady kommt sechs fußspuren um ihn zu finden ja toll da hinten waren noch die einen fußspuren die letzten wo ich gesehen habe das war hier hier waren fußspuren aber warum zeigt der feld woanders hin ich weiß auch gar nicht mehr wo die letzten waren laufen wir hier entlang vielleicht tauchen wir ein paar auf da ok wo zeigt der feld hin auch jetzt plötzlich hier hin ok sehr seltsam warum hat der feld immer auf die skyline gezeigt ich weiß es nicht ich denke wir dürfen erstmal ein stückchen zurück gehen soja jetzt sind wir so schnell gereinnt jetzt muss ich es nachladen haha ok oh da drüben haben wir Salz was halt ok da lebt noch jemand was geht denn da ab oh Mehltonne Salz und den ganzen Weg zurück und wo wir angefangen haben ging es einmal nach rechts und nach links das hat man wohl halt in die andere Richtung einmal so das war hier ja ist doch mal da oh oh die fliegt langsam runter oder rutsch runter weil das Haus sich bewegt das sieht doch wirklich mal komisch aus das Haus kenne ich es gehört Albert Fink ich ich liebe seine Musik ob er wohl da ist ok was haben wir hier die Schlossertasche ok äh wir kommen hier wieder raus so dann werden wir hier rüber so und hier unten rum so so dann komme ich hier hoch und kann dann hier entlang weiter so hier kommen wieder die Spuren ja jetzt sind wir hier wieder bei dem Haus oh das sieht auch gerade geil aus so in dem Baum mit der Sonne wow schöne Effekt sieht wirklich schön aus so hier so nun hier rein oh Dankeschön oder dahintere obwohl da hinten ist ja nichts gehen wir ganz nur da entlang ah hier haben wir die Spuren ok nochmal kurz laden und weiter geht's so was haben wir hier Deckung also vor ganz viel zurück wenn ich überhaupt noch richtig bin hallo weiter geschrien ja alles so hier haben wir die Fußspuren hier rein hier haben ein Schloss das geht wohl erst wenn das Flackgeschütz da kaputt ist naja habe ich jetzt auch voll die geilen Waffen ja jo dankeschön dann hätte ich lieber einen Sniper oh hallöken ja nochmal hier zack lass mich hoch ich brauche Leben ich brauche Leben so so Skyline-Eingriff zack so im Nahkampf so haben wir die Putzen die Putzen ach der ist schon tot haha ok aua 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 hallo gib mir alle auf von hier drüben so gar nicht gut so was sollen wir nehmen sollen wir die Salen mal mitnehmen alter so da drüben mal oh come on wollte ich grad irgendwie runterspringen so wenn ich da so im Kreuzfeuer bin so jetzt sind wir hier unten der Haken ist da ok jetzt können wir angreifen so einmal hier weiter nach oben so hier ein Eingriff hier springt weg so hier oben war doch auch noch einer irgendwo und hier unten oh hallöken ah verdammt was war daneben so da ist schon dicky hallo da ist schon dicky ich hab gar keine Chance wir alle 5 auf einmal rausballer so ich glaub das war's mal gucken ob wir das Schloss knacken können wenn nicht dann versteckt sich nur noch einer hier ist ein Schloss das wird nicht lange dauern fertig so sehr schön und ich hab mir gleich den Riss aber sie sind doch tot ich hab die Leichenfotos gemacht ja und sie waren kompletter Pfusch man eräuntet nicht dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt so ok was sagt das uns jetzt alles so Musik aus ja und wir dürfen wieder zurückgehen so ok die geht wieder in mehrere Richtungen soll uns aber egal sein hoffe ich zumindest mal ich bin ein Test Subjekt das man untersucht nein bist du nicht Elisabeth hör mir zu was du durchgemacht hast das hat niemand auf der Welt verdient wir kommen hier weg verstehst du und dann musst du nie wieder zurückschauen auf das geht ich finde ich bin ich bin